ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin angekommen, ich komme gerade mit der Tour, damit wir auch wissen, wo wir uns verstecken können Oha, jetzt beim Elevator Musik Ja, die haben mir den Song noch gar nicht rausgebracht Wer? Die Elevator-Bruß Oh mein Gott Guck mal, da ist ein gelber Bus Nicht schlecht Der kann Farben ergänzen Wo sehe ich jetzt den Fernetraum von hier? Immer wenn ich meine Wohnung suche, wo ich wohne, gucke ich nach dem Fernsehturm, dann orientiere ich mich Ich gucke hier, ich gucke den Fernsehturm, ich denke so, wo ist der Fernsehturm? Dreh sich für das erste Date, wie heftig Dreh dir vor dein erstes Date, ist richtig unangenehm und dann bist du die erste Mal richtig lange Ich gehe kurz aufs Klo, sie dreht sich schon einfach lange Hast du schon eine Ahnung, wo du dich verstecken möchtest? Die ganze Zeit im Aufzug sein Hoch, runter, hoch, runter Ja Aber ich habe Angst, dass wenn ich dann irgendwann unten bin, das macht einfach Ding Und ich ein Leben mit einer Kamera da Der Marschlauch Ganz unter uns Ich glaube, ich werde mich anderen bewegen So ist natürlich ein bisschen riskanter, aber so verändert man anderen sein Ohr Jetzt würde ich noch ein bisschen Frühstücke grab Hast du aufgenommen? Nein, nein, nein Wir so, was sind die Odds, dass wir jetzt ein Turnado trinken, sage ich so aus Spaß Beide so zehn, ich so okay Drei, zwei, eins, wir alle auf einmal vier Wir werden halt so hacke sein, wenn wir nichts gegessen haben Oh mein Gott Alle fragen sich, wo sie die Jungs sind, wir kommen alle mit Bierfahrt in die Ausgaben So weit zu Schocken Okay, meine Freunde, wir fangen jetzt an Die Kandidaten sind Give it way A.K.A. The Rock How to Shirley A.K.A. Die Hoff Oh mein Gott, war das Cringe Robert White Robert von The White Shana hier 5 Minuten Zeit Let's go Okay, let's go Supermove, guck mal Zeig mal So, Leute, das war's mit Yoga-Stunde Ha 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 ha